Schweizer Familie präsentiert Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balchrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Klarunis, Universitäres Bauzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Und Violte, mehr als Labormedizin. Jedes Jahr sterben in der Schweiz über 30'000 Menschen ein Herzproblem. Das heisst, alle Stunde haben wir über fünf Herznotfälle. Trotzdem überleben heute viel mehr Menschen einen Herzinfarkt. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Wenn man den Herzinfarkt überlebt hat, kommt es oft zu Narben im Herz. Und die machen, dass das Herz nicht mehr so leistungsfähig ist. Dem sagt man Herzinsuffizienz oder Herzschwäche. Und genau daran leidet Bruno Leutwiler. Mit Motoren kennt er sich aus. Seit er vor sechs Monaten einen Herzinfarkt erlitt und einen Stent erhielt, beschäftigt sich Bruno Leutwiler auch mit dem eigenen Antrieb, seinem Herz. Dieses hatte er als langjähriger Raucher während Jahren völlig vernachlässigt. Die Frau hat gerufen, um das Morgen zu essen. Und ich habe gesagt, ich rauche noch gestritten Zigaretten. Beim zweiten Zug war ein schlagartiger Druck da. Und dann habe ich gemerkt, dass es irgendwie etwas nicht gut ist. Dank rechtzeitiger Behandlung hat er überlebt und sich gut erholt. Doch sein Herz erbringt nur noch eine Leistung von 30 Prozent. Deshalb empfehlen ihm seine Ärzte, sich einen Defibrillator implantieren zu lassen. Dieser löst bei einer lebensbedrohenden Herzrhythmusstörung einen Stromstoss aus, damit das Herz danach wieder normal schlagen kann. Doch die Informationsbroschüre verunsichert ihn. Zu Motoren sollte man 70 cm bis 1 m Abstand haben, also zu laufenden Motoren. Auch zu Musikinstrumenten. Was ich hier rausliess, ist auch, dass ich eigentlich, auf Deutsch gesagt, aufhören Töpfe fahren und aufhören Gitarre spielen. Und das waren die Fragen, die mich dann beschäftigt haben, bis ich einmal noch mit einem Arzt darüber sprechen konnte. Wie gefährlich ist ein implantierter Defibrillator tatsächlich? Kardiologe David Hürlimann spricht aus Erfahrung. Es kommt ein bisschen von dem Sicherheitsgedanken und Angst vor irgendwelcher Haftung, die man übernehmen muss, sodass man natürlich möglichst alles, was irgendwie mit dem Gerät interferieren könnte, dass man das natürlich sagt, das darf man dann nicht machen, dass man nachher sauber draussen ist. Aber unter dem Strich ist es tatsächlich so, dass die Patienten die meisten Tätigkeiten, die sie vorher gemacht haben, dann weiter machen können. Patienten, die einen Defibrillator benötigen, können zwischen zwei Systemen wählen. Das ist einerseits auf der linken Seite das transvenöse System, also das, wo die Elektrode, das Kabel in der Vene liegt, und man die Spitzen der Elektrode im rechten Herz implantiert. Und das Gerät kommt dann links unter dem Schlüsselbein zu liegen, eigentlich so wie bei einem normalen Herzschrittmacher, wie man das auch seit vielen Jahren kennt. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt abgebildet der subkutane ICD. Subkutan heisst eigentlich unter der Haut. ICD steht für implantierbare Cardioverter Defibrillator. So hat man eigentlich das Problem nicht, dass die Elektrode bewegt wird mit dem Herzschlag. Die liegt relativ sehr stabil auf dem Brustkorb und von daher ist es praktisch keinen mechanischen Belastungen ausgesetzt. Bruno Leutwiler hofft, dass er mit einem implantierten Defibrillator seine Hobbys weiterhin betreiben kann. Denn als passionierter Gitarrist und Konzertveranstalter hat er immer wieder mit elektrischen Geräten, z.B. Verstärkern, zu tun. Mein Ziel ist, dass ich und meine Familie wieder ruhig schlafen können und dass ich etwas habe, das eingreift, wenn mein Herz abstellen soll. Herr Hürlimann, wir haben gesehen, es gibt zwei Systeme von Defibrillatoren. Für wer eignet sich denn was? Ich glaube, die Entscheidung, welches System muss wirklich sehr individuell erfolgen. Wie wir da in BITRA gehört haben, gibt es das System, das wir seit Jahrzehnten kennen und sehr weit entwickelt ist, das eben transvenös liegt. Das heisst, in der Vene, die Elektrode, also das Kabel, liegt direkt im Herz drin und nimmt dort quasi seine Informationen her. Das Problem, das das System hat, ist, dass die Elektroden natürlich auch in Bewegung ist. Man muss sich vorstellen, dass so ein Herz gegen 100'000 Mal im Tag schlägt und in der Zeit wird das Kabel halt immer durchbewegt. Das heisst, die Kabel können natürlich auch schneller abnützen und dadurch auch kaputtgehen. Sie können auch einwachsen und wenn man es ersetzen muss, kann das nach vielen Jahren eben auch ein Problem sein. Der Vorteil dieses Systeme ist aber, dass eine so eine ICD eine vollständige Schrittmacherfunktion hat. Also es ist wirklich wie ein normaler Schrittmacher. Wenn der Patient quasi einen zu langsamen Puls hat, dann kann das System auch eingreifen. Das kann zum Beispiel das andere nicht. Das neuere nicht. Genau. Es gibt auch noch weitere Funktionen, es gibt nämlich gewisse gefährliche Rhythmusstörungen, die man mit einer Schrittmacher-Stimulation beenden kann, sodass der Patient eigentlich dann die Rhythmusstörung los wird, ohne eine Schockabgabe. Das ist etwas, das das subcutane System nicht kann, weil das liegt ja nicht im Herz. Das heisst, es kann keinen Impuls abgeben als Schrittmacher. Der Vorteil, wie wir gehört haben, ist aber, dass natürlich die Elektrode sehr stabil auf dem Brustbein liegt, fast nicht bewegt wird und dadurch eben auch sozusagen nicht kaputtgehen kann, was vor allem bei jüngeren, aktiven Patienten natürlich ein grosser Vorteil ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Menschen, die jetzt das ältere System haben, denken, oh, ich habe ein altes, veraltetes System. Absolut nicht. Also ich glaube, was ganz entscheidend ist, dass ein so ein Defibrillator eben defibrilliert, das heisst, im richtigen Moment gibt er die lebensrettende Therapie ab, und das machen beide vergleichbar gut. Und dann gibt es halt eben, wie gesagt, vom einen und vom anderen Vorteil, und das muss man mit dem Patienten halt eben besprechen, es hängt ein bisschen von seinen Aktivitäten ab, von seinen Lebensgewohnenden. Genau, absolut. Wann braucht es denn grundsätzlichen Defibrillator? Einen Defibrillator braucht es immer dann, wenn der Patient oder Patientin ein höheres Risiko hat, eine gefährliche Rhythmusstörung überzukommen. Und das ist in den meisten Fällen, wenn die Herzleistung eingeschränkt ist. Ja. Vermehrt noch, wenn jemand zusätzlich eben zusätzlich eingeschränkt ist, weil es einen grossen Infarkt hatte, dann können diese Bereiche eben eher Rhythmusstörungen auslösen. Dann gibt es eine kleinere Gruppe von angeborenen Herzmuskelerkrankungen, die auch ein höheres Risiko haben, einen plötzlichen Herztod zu erleben. Und auch diese sollten den ICD haben. Wir haben gehört, von 30 Prozent Auswurfleistung, heisst das, dass das Herz nur 30 Prozent noch schafft, für den Herrn Leutwiller? Genau, das ist ganz wichtig, dass man das richtig interpretiert. Bei der Auswurfleistung, bei der man jetzt eigentlich davor redet, geht es darum, wenn das Herz voll gefüllt ist, wie viel wirft es quasi aus, wenn es maximal gepumpt hat. Und das ist in der Regel so etwa 55 bis 60 Prozent, die normale Auswurfleistung ist. Das heisst, bei dem Herrn Leutwiller, wenn es 30 Prozent ist, ist es etwa eine halbe Leistung, nicht ein Drittel. Das ist noch wichtig zu wissen. Bruno Leutwiller hat sich für einen neuen Defibrillator entschieden. und wir sind bei diesem Eingriff dabei gewesen. Bruno Leutwiller ist bereit für den Eingriff und zuversichtlich. Ja, ja, tip top. Und auch gut schlafen. Das Anästhesie-Team versetzt den Patienten in Vollnarkose. Die Operation ist Routine. Trotzdem, eine exakte Vorbereitung ist für den Erfolg entscheidend. Bruno Leutwiller schläft bereits tief, während die Chirurgen mit einem Röntgenbild die Lage für den Defibrillator nochmals überprüfen und markieren. So machen, sodass wir das wirklich ein bisschen oberhalb... Damit tun wir es wieder ein bisschen hoch. Ja. Wir zeichnen hier quasi das Gerät eins zu eins ein, wo man nachher will, dass es hinkommt. Dass es dann auch die Lage hat, die wir im Röntgen festgelegt haben. Es braucht eine gewisse Grösse, damit es die Energie abgeben kann. So sieht das aus. Und das ist quasi die Elektrode, die dann reinkommt. Der erste Schritt ist, dass wir jetzt die Tasche, also den Ort, wo das Gerät hinkommt, unter der Haut, dass wir das präparieren würden. Es geht jetzt darum, dass wir hier in die richtige Schicht kommen, unter den Muskeln. Da haben wir jetzt eigentlich einen guten Platz gemacht. Das liegt genau dort, wie es eingezeichnet ist. Jetzt machen wir quasi den zweiten Schnitt. Von dort aus wird dann die Elektrode entlang des Brustbeins getunneliert. Und jetzt brauchen wir einen Tunnelierstab, wo wir dann den Kanal unter der Haut durchlegen. Damit machen wir einfach die Verbindung zwischen diesen zwei Schnitt, wo wir dann das Kabel wie durchziehen können. Mit geübter Hand platzieren die Herzchirurgen und die Elektroden am richtigen Ort. Gut, jetzt befestigen wir die Elektroden. Damit sie sich dann nicht mehr irgendwo hinbewegt. Das wäre jetzt das Gerät, das wir vorhin auch schon gesehen haben. Und das würden wir jetzt mit den Elektroden verbinden. Sorgfältig schieben die Ärzte das Gerät in die vorbereitete Gewebetasche unter der Haut. Jetzt ganz wichtig, das Gerät gut festmachen, dass das nicht irgendwie wandert in den ersten paar Wochen, wenn es einwachst. Am Ende der Operation testen die Ärzte den implantierten Defibrillator. Dazu verabreichen sie dem Patienten einen elektrischen Impuls. Dieser verursacht künstlich eine Herzrhythmusstörung. Der Defibrillator muss diese Störung erkennen und einen Stromstoss auslösen. Jetzt. Jetzt. Es flimmert. Erkennung läuft. Erkannt. Ladeprozess läuft. Schock kommt. Gut. Das hat gut funktioniert. Tipptopp. Dann sind wir fertig. Herr Leutweiler, acht Monate ist es her, seit Sie den Defibrillator Ist der schon mal abgegangen? Also nur beim Test sonst nicht. Nein. Und spüren Sie von diesem Gerät etwas unter der Haut? Eigentlich im Normalfall überhaupt nicht. Nein. Und wie schnell haben Sie sich dann erholt nach dem Eingriff? Das ist sehr, sehr schnell gegangen. Also irgendwie, ich habe ein paar Tage später wieder normal gearbeitet. Also kurz und schmerzlos, kann man wirklich sagen. Und jetzt sicher, Herr Hürlimann, Sie testen das, wir haben das gerade gesehen im Film. Was ist jetzt, wenn es nicht auslöst? Was machen Sie denn? Das kommt zum Glück sehr selten vor. Wir testen es eigentlich daherum, weil eigentlich der Stromimpuls ja von dieser Elektrode auf dem Brustbein zum Gerät erfolgt, oder? Und wenn quasi das Gerät zu weit vorne ist, dann geht der Strom wie am Herzen vorbei. Das heisst, wir testen, ob die Lage gut ist. Wenn es jetzt wirklich nicht gehen würde, dann müsste man das Gerät versetzen noch mal noch weiter hindern, dass es quasi einen besseren Stromvektor hat. Jetzt fallen alle elektronischen Geräte irgendwie auch mal aus. Wie ist es bei diesen Defibrillatoren? Sind die anfällig für Störungen? Ich meine, nichts ist natürlich 100 Prozent, aber die Zuverlässigkeit ist extrem hoch. Also das ist wirklich sehr selten, dass da irgendein technisches Problem im Gerät oder in der Elektronik passiert. Ja. Und wenn man so einen Defibrillat hat und es quasi immer so ein bisschen mit der Unsicherheit ist, geht jetzt der ab oder nicht? Wie fühlt sich das an? Wie geht man mit dem um? Ist man da verunsichert? Vielleicht am Anfang sogar? Ich glaube, am Anfang. Am Anfang sind die ersten Sachen, die man eben zum Beispiel wo man denkt, ja eben in das Einkaufszentrum gibt es vielleicht ein mulmiges Gefühl, bis man das erste Mal drin ist und nachher ist es irgendwie wie vergessen. Wenn jemand darauf anspricht, dann kommt es wieder in den Sinn und sonst nicht. Ja, also Sie meinen jetzt wegen den Schranken, das ist ein guter Punkt. Das hat die Schranken bei den Einkaufszentren, die Sicherheitsschranken. Wie ist das? Auch am Airport haben wir Sachen, die wir durchlaufen müssen oder solche Durchgänge. Wie ist das problematisch? Da ist eigentlich praktisch alles sehr unproblematisch. Gerade am Flughafen zum Beispiel, da kann höchstens passieren, dass es pfeift, weil es halt aus Metall ist, aber sonst kann nichts passieren. Wichtig ist auch, dass der Patient weiss, all die verschiedenen Sachen, die es beeinflussen könnte, schliesst das Gerät definitiv nicht, sondern es stört vielleicht seine Funktion für den kleinen Moment, wo es quasi der Störquelle ausgesetzt ist. Und sobald man wieder draussen ist, ist es wieder normal. Also es ist wirklich meistens ungefährlich. Also auch im Magnetfelder, Induktionsherd zum Beispiel oder Handy? Ja, das ist sicher eine wichtige Frage. Und das mit Induktionsherd, das wissen fast alle, und das fragen mich fast jede, jede Patientin und jeder Patient, das kann man eigentlich wirklich vergessen, oder? Weil dort muss man wirklich mit dem Gerät selber fast in der Pfanne rinnen liegen, dass es ein Problem gibt. Also wenn man ganz normal kocht, oder ist das absolut gefahrlos? Mit dem Handy ist es auch so, die Strahlung macht überhaupt nichts. Also sämtliche quasi Haushaltelektronik, ob das irgendwie ein Computer, ob das ein WLAN-Router, ob das irgendwie ein Staubsauger ist, das macht alles alles nichts. Mhm. Elektroautos? Auch das macht nichts, das ist natürlich ganz wichtig, das wäre natürlich gar nicht gut in der jetzigen Zeit, wenn man sagen, dass man das nicht mehr benutzen könnte. Die sind sehr gut abgeschirmt, also da passiert nichts. Ich kann man bedenkenlos benutzen. Wie ist Ihr Leben jetzt im Vergleich zur Form, Defi? Ich schlafe ruhiger. Ja. Ahne? Weil ich weiss, ich habe etwas, das eingreift, ja, wenn ich mir etwas nötig ist. Und wenn er jetzt losgeht, was passiert denn mit dem Patienten? Fallt er denn um, weil er so einen Schlag kriegt, oder wie erleben das die Patienten? Das ist ganz unterschiedlich. oder das hangt sehr davon ab, was passiert während der Zeit, in der er die Rhythmusstörung hat. Es ist so, es kann sein, wenn er eine ganz schlechte Herzfunktion hat und es geht, ja, wir haben gesehen im Film, das ist nicht die zwei Sekunden, die er auslöst, sondern er braucht ein paar Sekunden, um die Rhythmusstörung festzustellen. Nachher lädt er und gibt die Therapie ab. Das sind gerne mal zehn Sekunden. Und in dieser Zeit, wenn das Herz ganz schlecht ist, dann wird es ihm schwindlig und er fällt vielleicht um. dann kann es sein, dass es einfach eine Rhythmusstörung ist, die recht schnell ist, aber das Herz verträgt die zehn, zwanzig Sekunden. Dann wird es ihm vielleicht leicht schummerig und dann spürt er den Schock. Und darum ist es auch ganz schwierig, um voraussagen, wie man es wirkt spüren. Ich habe Patienten, die nicht mal gemerkt haben, dass er abgegangen ist, und es gibt andere, die das wirklich relativ stark gemerkt haben. Weil das wird alles registriert, Sie können das nachvollziehen, auch nachverfolgen. Wie oft braucht es Kontrolle? Wie oft sind Sie schon gewesen? Also, ich glaube, alle halben Jahre. Das heisst, Sie sind jetzt einmal in der Kontrolle schon gewesen? Ja. Und jetzt in Kürze ist die nächste. Ja, zweimal pro Jahr ist die Kontrolle lang. Also, es ist am Anfang macht man es ein bisschen häufiger, geht vor allem darum, zu schauen, ob es gut abgeheilt ist, dass es keine Infektion gibt. Und wenn das einmal gut ist, dann ist es eigentlich zweimal im Jahr. Wie ist es, wenn Batterien da unten sind? Das kommt natürlich vor. Und die Patienten gehen immer davon aus, dass man einen Batteriewechsel macht, aber man kann die Batterie nicht auswechseln, sondern man muss die ganzen Geräte auswechseln. Dann geht man einfach am gleichen Ort, die gleichen Arben quasi, schneidet man vorsichtig auf, nimmt das Gerät raus, steckt es um und macht wieder zu. Das ist meistens eine kleine Sache. Das Kabel hebt meistens deutlich länger als ein Gerät. Und darum kann man das dann lassen. Und dann ist es eine kleine sachte Lebensdauer hat sich auch ein bisschen verbessert in der letzten Zeit. Also, so ein Gerät hält je nach Typen so zwischen sieben und zehn Jahren. Ja. Und wenn man sich stark bewegt oder auch Sexualität und das Herz muss mehr pumpen, tut sie das verunsichern? Nie irgendwann daran gedacht. Nein, gar nie daran gedacht. Aber ist das eine Unsicherheit? Ich glaube, es ist vielleicht eine Unsicherheit, die die Leute zum Teil haben. Aber eben, man gewöhnt sich verschieden schnell daran. Ich sage den Patienten immer, es kann Wochen gehen, bei gewissenen geht es ein paar Monate. Aber das Ziel ist, dass es einfach Teil von einem wird. Wie ein Airbag im Auto, wo man eigentlich nicht daran denkt, dass man ihn hat. Und wenn es ihn braucht, dann kommt er in Aktion. Man hat dann gesehen, dass zum Teil eher Partnerinnen oder Partner eher Sorge sind. Was ist denn, wenn der abgeht? Oder kann es mir auch etwas machen? Und dann muss man klar sagen, da kann nichts passieren. Also so ein Stromstoss, auch wenn man einander hält, kann nichts passieren. Kann nichts passieren. Danke schön vielmals, Herr Hirliman, für die guten Informationen. Und herzlichen Dank, Herr Lötvilo, dass wir Sie begleiten dürfen und dass Sie bei uns gewesen sind. Herzinsuffizienz, also Herzschwäche, kann auch ganz, ganz stark sein. Was macht man denn? Wir haben ein paar Antworten für Sie in einem Interview, in der Schweizer Familie geschrieben. Ein Blick daran lohnt sich. Haben Sie schon einmal etwas vom metabolischen Syndrom gehört? Man nennt das auch das tödliche Quartett, weil verschiedene Risikofaktoren zusammenkommen, die lebensbedrohlich sind. Noch was kann man machen? Das metabolische Syndrom ist keine eigenständige Erkrankung. Es beschreibt vielmehr das Zusammentreffen von verschiedenen Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Zu den Risikofaktoren gehören Bluthochdruck, Übergewicht, schlechte Blutfettwerte und zu hohen Zucker im Blut. Also Rauchen ist ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mit Fragebogen und gewissen Analysen, wie zum Beispiel dem Messen der Blutfettwerte oder des Zuckerwerts, können die Risikofaktoren festgestellt und in einem Punktesystem gewichtet werden. Die meisten Apotheken bieten passende Untersuchungen an. Die Ergebnisse zeigen auf, wo das individuelle Risiko liegt und welche Faktoren durch eine Verhaltensänderung beeinflussbar sind. Das familiäre Risiko und das Alters sind unveränderbar. Falsche Essensgewohnheiten, Bewegungsmangel, Stress oder übermässiges Rauchen bieten sich an für ein Coaching in der Apotheke. Es gilt abzuklären, wo die Person in ihrer Motivation steht. Sie möchten Ihren Zigarettenkonsum abbauen. Ja. Wollen Sie sofort damit anfangen oder wie lange gehen Sie sich für das Zeit? Also gern so schnell wie möglich, aber bis spätestens an meinem grossen runden Geburtstag in drei Monaten. Okay. Wichtig ist, dass man sich nicht zu viel aufs Mahl vornimmt und sich ein Ziel setzt, das in kleinen, steten Schritten gut erreichbar ist. Ein Ziel ist dann motivierend, wenn die Vorteile der Verhaltensänderung herausstechen. Gesunder Lifestyle in einer Gesellschaft, die im Überfluss lebt, ist nicht immer einfach einzuhalten. Wir alle können es nach einem strengen Arbeitstag heimgehen und sich es auf dem Sofa mit Chips und einem Glas Wein gemütlich machen. Das ist sehr verlockend. Das hilft aber nicht gegen das metabolische Syndrom. Besser, Zigaretten und begleiteten Rauchstopp allenfalls durch Nikotinkaugummis oder Pflaster austauschen. Schlechte durch gute Fettsäuren wie Omega-3 ersetzen. Kohlenhydrate reduzieren. Dafür Eiweiss, Früchte und Gemüse oder mal eine Vitaminkapsel einnehmen. Ballaststoffe regelmässig einbauen und wenn das nicht geht, ein diätunterstützendes Produkt gezielt einsetzen. Es muss jeder für sich herausfinden, was für einen gesunden Lifestyle bedeutet, ob er sich eine Ausnahme gönnt oder diszipliniert bleiben will. Die Apotheke unterstützt beim Finden des richtigen Masses, kann Erfolg aufzeigen mit dem Nachmessen von Blutwerten oder kann er Aufstabung leiten, damit sich jeder in seiner Haut wohlfühlt. Folgende Tipps haben grosse Wirkung. Den Tag mit gesunder Energie beginnen und sich bewusst Zeit fürs Essen nehmen. Keine Pausensnacks und auf Zwischenmahlzeiten möglichst verzichten. Anstelle von Süssgetränken am Morgen eine grosse Kanne mit stoffwechselanregendem Tee oder Wasser bereit machen für den Tag und aufs Velo umsteigen. Das wäre es schon wieder für heute. Ich hoffe, Sie haben profitieren und ich freue mich auf den nächsten Samstag. Adieu miteinander. Scham und Schuldgefühle können bei Essstörungen grosse Rolle spielen. Es gibt aber auch noch andere Ursachen dafür. Nächste Woche befassen wir uns mit dieser Thematik. Schweizer Familie präsentierte Gesundheit heute unterstützt von Universitätsklinik Balgrist Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Interpharma Forschung für ein besseres Leben. Klarunis Universitäres Bauchzentrum Basel Exzellenz in Klinik und Forschung und Violye mehr als Labormedizin. Untertitelung des ZDF bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF Klinik